Hallo und herzlich willkommen zurück bei DividendenTV, dein Kanal für den langfristigen Vermögensaufbau. Mein Name ist David Lack und es freut mich euch heute ein neues Video vorstellen zu dürfen. Und zwar geht es heute um Aktien mit sehr sehr hoher Dividendenrendite. Letztes Mal hatten wir ja Aktien, die vielleicht heute noch nicht so hohe Dividende ausschütten, dafür aber sehr sehr starkes Dividendenwachstum aufweisen. Und heute geht es wirklich um die Unternehmen, die heute schon an die 5% Dividendenrendite ausschütten. Und wir werden uns eben ansehen, welche Kriterien wollen wir mit diesem Musterportfolio erfüllen, welche Ziele wollen wir damit erreichen. Und zu guter Letzt zeige ich euch natürlich die 10 Aktien, die es ins Musterportfolio geschafft haben. Bevor es aber so richtig losgeht, wie immer, kurzer Disclaimer, auf meinem YouTube-Kanal findet weder eine Anlageberatung noch eine Aufforderung zum Kauf statt. Ja und dann geht es auch gleich los mit den Kriterien für das Musterportfolio Dividendenertrag. Und ja ganz ganz wichtig, wenn wir bei diesem Portfolio eine schöne hohe Dividende bekommen und vielleicht dadurch unsere Pension aufstocken wollen oder einfach davon leben möchten, dann wollen wir natürlich auch steigende Dividenden haben und auf keinen Fall Dividenden, die Jahr für Jahr weniger werden. Somit habe ich hier als Ziel gesetzt für das Gesamtportfolio ein Dividendenwachstum von zumindest 5% pro Jahr. Das ist schon ganz ordentlich, wenn man berücksichtigt, dass ja die Dividendenrendite des Gesamtportfolios bei über 5% liegen soll. Ja, als nächstes wollen wir natürlich auch keine Pennystocks mit drinnen haben, sondern schon ordentliche Unternehmen, die mindestens 100 Millionen Marktkapitalisierung haben. Und dann natürlich auch verschiedene Branchen. Es bringt auch nichts, wenn man alle Unternehmen aus der gleichen Branche im Portfolio hat, denn wenn es der Branche schlecht geht, dann geht es gleich allen Unternehmen schlecht und das wollen wir ja auf jeden Fall vermeiden. Ja und dann kommen wir noch zum Punkt vernünftige Ausschüttungsquote und Kontinuität. Ausschüttungsquote, das bedeutet, das Unternehmen sollte nicht mehr ausschütten, als es eigentlich verdient, denn so kann das auf Dauer natürlich nicht funktionieren. Und natürlich auch bei der Kontinuität, das Unternehmen soll schon gezeigt haben, dass es schon mehrere Jahre ohne Dividendensenkung ausgekommen ist oder im Idealfall sogar schon seit vielen Jahren die Dividende erhöht. Und wir wollen natürlich auch keine Sonderdividenden oder Sondereffekte drinnen haben. Es gibt ja auch manche Unternehmen, die zahlen einmal eine sehr, sehr hohe Dividende und im nächsten Jahr dann wieder gar keine. Also so etwas wollen wir auch nicht drinnen haben. Aber ich möchte auch nochmal besonders darauf hinweisen, dass man sich nicht von einer hohen Dividende blenden lassen sollte, denn das ist kein Kaufsignal, sondern eher ein Warnsignal, denn eine hohe Dividende gibt es eigentlich nie geschenkt. Da gibt es immer Risiken auch, die wir beachten sollten und deswegen schaut ganz genau hin, besonders wenn die Dividende sehr, sehr hoch wird. Ja, welche Ziele möchten wir nun erreichen mit diesem Musterportfolio? Zum einen 500 Euro Bruttodividende pro Jahr, das bedeutet, wenn man in jede Aktie 1000 Euro investieren würde, somit eben die 5% Bruttodividende, das sollte man gleich von Beginn bekommen und eine jährliche Gehaltserhöhung von 5% sollte eben auch noch drinnen sein. Außerdem verdoppelt sich dadurch dann alle 15 Jahre die Dividendenrendite auf unseren Einstiegskurs und nach 15 Jahren haben wir dann auch alleine schon durch die Dividende unseren Einsatz wieder heraus, wenn man so will, also dann haben wir das Geld, das wir investiert haben, schon alleine durch die Dividende wieder verdient und wir können quasi mit diesem Investment kein Minus mehr machen. Ja, das ist für viele Anleger vor allem ein psychologischer Vorteil. Ja, und nun kommen wir auch gleich zum Dividendenertragsmusterportfolio und wir starten gleich mit dem ersten Unternehmen, das kommt nämlich aus Deutschland und zwar ist es die Deutsche Post mit einer Dividendenrendite von 4,43% und auch einem ordentlichen Dividendenwachstum, 11,84% auf die letzten 5 Jahre, 11,06% auf die letzten 10 Jahre. Und ja, die Deutsche Post ist ein internationaler Logistikkonzern, im Gegensatz zum Beispiel zur österreichischen Post, die eigentlich fast ausschließlich in Österreich tätig ist, eben die Deutsche Post hier viel, viel größer und viel breiter auch aufgestellt und man muss auch noch dazu sagen, die Deutsche Post hat es eben geschafft, seit 13 Jahren die Dividende nicht mehr senken zu müssen und sie haben auch ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von unter 10. Also definitiv eine spannende Aktie für dieses Musterportfolio. Ja, und dann kommen wir gleich zum zweiten Unternehmen. Dieses Mal handelt es sich um ein US-Unternehmen, nämlich die Packaging Corporation of America. 3,56% Dividendenrendite gibt es hier für dieses Verpackungsunternehmen. Dividendenwachstum auf die letzten 5 Jahre liegt bei 12,17%, auf die letzten 10 Jahre bei 13,57%. Ja, nahezu der gesamte Umsatz wird in den USA erzielt und auch seit 13 Jahren muss ja die Dividende nicht mehr gesenkt werden. Außerdem ein KGV von 12,2%, also auch eine recht günstige Bewertung. Ja, und dann kommen wir gleich zum nächsten US-amerikanischen Unternehmen, nämlich zu Best Buy. Ja, da gibt es eigentlich so ziemlich alles zu kaufen, sowohl online als auch im Store. Elektrogeräte, Geschenksideen, Gesundheitsprodukte und so weiter. Die Dividendenrendite liegt bei 4,17% aktuell, 22,16% Dividendenwachstum auf die letzten 5 Jahre, 18,72% auf die letzten 10 Jahre. Und somit auch ein sehr, sehr spannendes Unternehmen, das seit 15 Jahren Jahr für Jahr die Dividende erhöht. Das KGV liegt bei 12,6% und somit auch eigentlich eine recht günstige Bewertung. Ja, und als nächstes kommen wir in den Finanzbereich und zwar zu T-Row Price. Ja, die aufmerksamen Zuseher auf meinem Kanal werden sicherlich das Unternehmen schon kennen. 4,05% Dividendenrendite gibt es aktuell und das Ganze bei 14,41% Dividendenwachstum auf die letzten 5 Jahre und 13,62% auf die letzten 10 Jahre. Ja, das Unternehmen ist ähnlich wie BlackRock in der Vermögensverwaltung tätig, aber man muss dazu sagen, BlackRock ist zum einen natürlich viel, viel größer und hat auch eine ganz andere Strategie. Denn BlackRock setzt ja, wie wir wissen, sehr, sehr stark auf die ETFs und T-Row Price ist eher im Bereich der aktiven Fonds tätig. Somit gibt es natürlich auch deutlich höhere Gebühren, aber man muss natürlich auch wissen, dass der Trend schon eher in die ETF-Richtung geht. Somit wird es natürlich spannend, wie es in der Zukunft weitergeht, aber ich bin auf jeden Fall auch zugversichtlich für T-Row Price. Und ja, 37 Jahre konnte die Dividende Jahr für Jahr erhöht werden, somit auch ein Dividendenaristokrat. Das KGV liegt aktuell bei 15,4%. Ja, und als nächstes kommen wir zu einem Technologieunternehmen, das man auch sehr häufig in Dividendenportfolios findet, nämlich IBM. Aktuelle Dividendenrendite 4,54%, Dividendenwachstum nicht mehr sonderlich hoch auf die letzten 5 Jahre 1,49%, auf die letzten 10 Jahre 6,62%. Und ja, es ist relativ selten, dass es im Technologiebereich so eine hohe Dividendenrendite gibt. 27 Jahre wurde diese Dividende auch schon Jahr für Jahr erhöht, also auch ein Dividendenaristokrat. Und ja, das KGV liegt bei 15,9%. Ist natürlich ein bisschen die Frage, ob man es schafft, zu alter Größe zurückzufinden bei IBM. Ist ja eher so ein bisschen ein Old Economy-Unternehmen aus dem Technologiebereich, könnte man sagen. Und ich denke, das Geschäftsmodell muss ich euch nicht näher erklären. Ihr werdet alle IBM sicherlich kennen. Und dann kommen wir gleich zur nächsten Aktie, und zwar dieses Mal aus dem Tabak-Bereich. Der Tabak-Bereich ja generell sehr, sehr spannend, wenn man auf hohe Dividenden aus ist. Und hier bei Alter gibt es aktuell sogar 8,15% Dividendenrendite. Das Ganze bei 5,24% Dividendenwachstum auf die letzten 5 Jahre und 8,00% auf die letzten 10 Jahre. Das ist schon wirklich sehr, sehr ordentlich. Was macht Altria jetzt genau? Die vertreiben die Marlboro-Zigaretten in den USA. Außerdem gibt es bei Altria noch ein paar andere kleinere Bereiche. Wein, Zigarren, Rauchersatzprodukte. Aber der normale Verkauf von den Zigaretten, er macht natürlich mit Abstand den größten Umsatzanteil aus. Seit 53 Jahren schafft es Altria auch die Dividende Jahr für Jahr zu erhöhen. Also Altria ist sogar ein Dividendenkönig. Und das KGV liegt bei 15,3. Somit auch eigentlich eine spannende Aktie, die man sich auf jeden Fall mal auf die Watchlist legen kann. Ja und als nächstes kommen wir wieder nach Deutschland. Zu einem Versicherungsunternehmen, nämlich zur Allianz. Ja wie viele von euch vermutlich schon wissen, ist das meine größte Position im Portfolio. Das liegt einfach daran, dass ich über einige Jahre hinweg sehr günstige Mitarbeiteraktien bekommen habe. Somit ist die Position auch relativ groß geworden. 4,93% Dividendenrendite gibt es aktuell. Der Aktienkurs ist auch wieder ordentlich angestiegen. 7,79% Dividendenwachstum auf die letzten 5 Jahre. 10,21% auf die letzten 10 Jahre. Und somit ja solider Anker auch für dieses Musterportfolio. Man hätte aus Deutschland natürlich auch noch zum Beispiel die Münchner Rück oder die Hannover Rück nehmen können. Aber alles eigentlich sehr solide Versicherungsunternehmen. Ja kommen wir als nächstes wieder in die USA zu Verizon. Das Kommunikationsunternehmen mit 6,33% Dividendenrendite, 2,2% Dividendenwachstum auf die letzten 5 Jahre, 2,45% auf die letzten 10 Jahre. Also da ist nicht mehr wirklich Dividendenwachstum vorhanden. Aber bei dieser Höhe der Dividendenrendite, ja da ist das auch schon ganz in Ordnung. Solange diese zumindest leicht gesteigert wird, kann man eigentlich zufrieden sein. Seit 23 Jahren wurde die Dividende nicht mehr gesenkt und das KGV liegt bei 8,6%. Also hier kann man sich jetzt keine spektakuläre Kursentwicklung erhoffen. Aber es ist einfach ja eine sehr schöne Dividendenaktie, die man günstig bekommt und somit ja auch ein guter Bestandteil für dieses Portfolio. Und wir kommen jetzt schon zur vorletzten Aktie in diesem Musterportfolio. Und zwar wieder ein US-Unternehmen, nämlich Legget & Platt. Ein Dividendenkönig wieder. Und dennoch haben viele diese Aktie vielleicht gar nicht so am Schirm. 4,99% Dividendenrendite gibt es aktuell und Dividendenwachstum liegt bei 3,78% auf die letzten 5 Jahre. Beziehungsweise 4,41% auf die letzten 10 Jahre. Hier geht es um das Thema Haushaltswaren, Möbel und so weiter. Also zum Beispiel Betten werden hier hergestellt. Ja, wie gesagt, Legget & Platt auch ein Dividendenkönig. Das ist schon beeindruckend. Das sind über 50 Jahre steigende Dividende und ein KGV von 14,8%. Somit lohnt sich auf jeden Fall dieses Unternehmen mal etwas genauer anzusehen. Ja und zum Abschluss kommen wir nochmal zu einem Tabakunternehmen und zwar zu British American Tobacco. Da bin ich selbst auch schon seit einigen Jahren investiert. Das Unternehmen ist weltweit tätig mit starken Marken wie zum Beispiel Lucky Strike, Kent, Dunhill und so weiter. Also auch sehr, sehr bekannte Marken. 6,99% Dividendenrendite gibt es aktuell. 2,82% Dividendenwachstum auf die letzten 5 Jahre. 5,21% auf die letzten 10 Jahre. Und ja, seit 24 Jahren wird die Dividende Jahr für Jahr erhöht. Ich lehne mich jetzt mal weit aus dem Fenster und behaupte, das wird einer der nächsten Dividendenaristokraten werden. Und das KGV, das liegt auch nur bei 9,3%. Somit finde ich einfach sehr, sehr günstige, solide Dividendenaktie und ich denke auch nicht daran, meine Aktien zu verkaufen. Ja und was hat das Gesamtportfolio jetzt insgesamt erreicht? Zum einen eine Dividendenrendite auf das Gesamtportfolio von 5,21%. Das liegt knapp über dem Ziel von 5%. Außerdem Dividendenwachstum auf die letzten 5 Jahre von 8,39%. Das liegt auch deutlich über den angestrebten 5% und auch auf die letzten 10 Jahre sieht es sehr, sehr gut aus. Da sind wir sogar bei über 9% Dividendenwachstum. Ja, das war es jetzt auch mit dem Musterportfolio. Ich denke, da sind sehr, sehr spannende Werte mit dabei. Vor allem, wenn man eben auf hohe Dividenden steht. Und wenn es euch auch interessiert, welche Unternehmen vor allem ein sehr, sehr starkes Dividendenwachstum aufweisen, dann schaut am besten in das Video der letzten Woche hinein. Denn da habe ich euch das Dividendenwachstumsmusterportfolio vorgestellt. Man kann die beiden Portfolios auch ganz gut kombinieren. So mache es ich auch persönlich. Ich habe sowohl Unternehmen mit dabei, die heute schon hohe Dividende zahlen, aber auch Unternehmen, die eben die Dividende noch sehr, sehr stark steigern. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn dem so ist, schreibt mir das gerne in die Kommentare und lasst mir gerne auch einen Daumen nach oben da. Jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Sonntag und macht's gut.